Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute ein Wohn- und Geschäftshaus in Schwerin. Im Herzen der Stadt, unweit des Schweriner Schlosses, steht ein beeindruckendes, denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus. 1929 im Bauhausstil erbaut, vereint es historische Eleganz mit zeitgemäßen Komfort. Die runde Eckausbildung und expressionistischen Außenlaternen unterstreichen sein geschichtliches Erbe. Früher beherbergte es bedeutende Institutionen wie die AOK und den sowjetischen Geheimdienst, was seine historische Bedeutung hervorhebt. Das Gebäude wurde fortlaufend modernisiert und beinhaltet zwölf vermietete Einheiten auf fünf Etagen. Die gewerblichen Räumlichkeiten im Erdgeschoss bis zum zweiten Stock bieten Platz für sieben Meter mit Flächen von etwa 72 bis 203 Quadratmetern. Ideal für vielfältige geschäftliche Aktivitäten. Die Wohnungen in den oberen Stockwerken vom dritten Stock bis zum Dachgeschoss reichen von 60 bis 115 Quadratmetern und bieten spektakuläre Ausblicke, darunter auf das Schweriner Schloss. Ein unterkellerter Bereich stellt zusätzlichen Stauraum für Mieter bereit, während der gepflasterte Innenhof einen gemütlichen Außenbereich zum Entspannen bietet. Dieses Objekt repräsentiert eine einmalige Gelegenheit, in ein Stück Schweriner Geschichte zu investieren und gleichzeitig von der Lebendigkeit der Landeshauptstadt zu profitieren. Sie können diese Immobilie jetzt auch virtuell besichtigen. Schalten Sie sich dafür einfach auf unserer Website für den 360-Grad-Rundgang frei. Leicht verständliche Grundrisse und die Maßbandfunktion werden Ihnen dabei helfen, sich mit der Immobilie vertraut zu machen. Abonnieren Sie uns jetzt auf Facebook, Instagram und hier auf YouTube. Denn hier präsentieren wir Ihnen die neuesten Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Ach und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat.